Ich denke, am wichtigsten ist es erstmal die Angst zu nehmen, über dieses Thema zu reden und das ist etwas, was wir sofort merken. Da ist erstmal eine Hemmung da, dieses Thema anzusprechen, aber sobald das Thema einmal auf dem Tisch ist und man miteinander ins Gespräch kommt, hilft es unglaublich weiter. Und das ist, denke ich, so die wichtigste Take-home-Message. Vielen Dank.